Herzlichen Drachengruß, danke fürs Anklicken. Ich bin Kobro und heute möchte ich euch über Akkus erzählen. Genau genommen über Lithium-Titrat-Oxid-Akkus, LTOs. Ich finde die cool. Das ist einmal das, damit kann man es mal zusammenfassen. Und ich nutze sie eigentlich immer häufiger in allen möglichen Einsatzbereichen. Warum nutze ich gerne LTOs? Und einer der Hauptgründe ist eigentlich, weil sie sehr sicher sind oder ziemlich sicher sind. Im Vergleich zu Lithium-Ion und Lithium-Lipo-4. Wenn man die kaputt macht, passiert nicht viel. Und das haben wir leider auch schon ausprobiert. Teilweise ab, sehr unabsichtlich. Ich selber habe schon mal sowas kurz geschlossen und nichts passiert. Ich habe schon erlebt, wie sowas punktiert worden ist. Nichts passiert. Also hier gibt es kein Terminal Runaway oder so. Hier ist einfach, im worst case, ist die Zelle kaputt. Und sie haben eine sehr hohe Lebensdauer. Also wir reden davon 30.000 Zyklen. Das heißt auch super für den Solarspeicher. Oder hier für ein mobiles Pack. Das ist eines unserer ersten Packs, die wir gebaut haben. Hat 12 Volt, 40 Ampere Stunden mit Active Balancer und normalem Balancer mit Akkuanzeige. Und wir haben da jetzt einen Wechselrichter angeschlossen und laden damit aktuell unser Bankomat-Terminal. Aber auch im Wohnwagen habe ich 150 Ampere Stunden mit 12 Volt. Das benutze ich für den Mover. Oder wenn ich eben, so wie jetzt gerade, zwei, drei Tage keinen Strom habe. Und damit, ja, ich habe hier die ganze Überleuchtung laufen. Der Kühlschrank auf Batteriebetrieb aktuell. Ich bin momentan bei 12,7 Volt. Also ich finde es super. Und es ist geplant, noch Solarzellen aufs Dach zu geben. Das noch einmal ein bisschen die Akkulaufzeit quasi verlängert untertags. Weil meistens ist mein Wohnwagen dann unterwegs, wenn auch viel Sonne scheint. Außer man hat wirklich ein scheiß Wetter erwischt. Und ich brauche halt auch unterwegs immer wieder mal die Möglichkeit, was zu laden. Oder sonst irgendeine Stromquelle. Und da finde ich das eigentlich sehr angenehm. Ich hoffe, ich konnte euch einen Einblick verschaffen in die Welt des LTO. Ich finde, dass die stark unterschätzt werden nach wie vor. Und vielleicht gibt es einen oder anderen, der jetzt auch mal ausprobieren möchte, wie es ist, mit LTOs zu arbeiten. Sind erhältlich bei uns im Shop auf MZ Electronics. Und, ja, wenn du mehr wissen willst darüber, auch über diverse Anwendungsfelder davon, dann folge mir bitte auf Social Media und du wirst nicht enttäuscht sein. Es wird noch einiges geben, was wir rund um LTO machen. Und ansonsten auch hier folgen. Also Abo bitte und Like bitte. Da freue ich mich total. Ja, und in diesem Sinne, bis bald. Bis bald. Bis bald.